Heute starte ich eine ganz besondere Tour. Mit der Maus geht es Richtung Nordosten, um in einem speziellen Naturschutzgebiet Filmaufnahmen zu machen. Dieses Projekt benötigte eine längere Planung, aber mittlerweile sind alle Termine fixiert und auch eine ganz spezielle Drehgenehmigung des Ministeriums liegt vor. Die Maus noch an den Haken und los geht's. So der Plan. Im Kopf gehe ich nochmal durch, ob auch alles an Bord ist und natürlich das erste Zwischenziel eingeben. Voller Vorfreude starte ich den Motor, aber das laute Ping und die Info, Inspektion jetzt, irritieren mich. Ich fahre trotzdem mal los, aber wenige hundert Meter später gehen einige Kontrollleuchten an und der Motor aus. Und so steht der Caddy einen Zeitsprung später in der Werkstatt. Wieder einmal von Vorteil, Kunde beim kleinen Fachbetrieb um die Ecke zu sein. Denn obwohl eigentlich schon Feierabend ist und ein anstrengender Tüfttag hinter der Belegschaft vom Autoblitz liegt, geht man auf Fehlersuche. Kurzum, die Batterie scheint die böse und eine neue ist vorrätig. Also bin ich noch guter Dinge. Doch trotz aller Mühe macht mir irgendein Fehler in der Elektronik den entscheidenden Strich durch die Rechnung. Und das ist dann auch der Augenblick, in dem ich die geplante Reise schweren Herzens canceln muss. Im Nachhinein hatte ich immer noch Glück, denn das Ganze hätte ja auch 1000 Kilometer später passieren können. Und so tröste ich mich damit, dass es im Zielgebiet während des geplanten Zeitraumes pausenlos geregnet hat. Ein besonderer Dank geht an unsere fleißigen Helfer vom Autoblitz, die den Fehler in den nächsten Tagen gefunden haben. Aber das ist ein anderes Thema. Schön, dass ihr trotzdem dabei wart. Bleibt abenteuerlustig und gesund. Bis bald.